Ich freue mich, euch ganz herzlich begrüßen zu dürfen heute Abend. Ihr, die hier seid, in diesem Saal, aber auch alle, die jetzt über den Livestream mit dabei sind, seid alle ganz herzlich willkommen. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen und dann auch, wie der Philipp gesagt hat, noch auf den Büchertisch kurz hinweisen und dann gleich beginnen dann mit der Botschaft für heute Abend. Mein Name ist Michael Putzi. Ich bin 44 Jahre alt, glücklich verheiratet mit Felicitas. Wir haben drei wunderbare Kinder, Jasmin, Silas und Julia. Das sind ganz große Geschenke, die ich bekommen habe. Das allergrößte, das liegt jetzt bald 15 Jahre zurück. Es war mit 29,5. Es war die große Wende in meinem Leben. Ich habe gestern Abend vor vielen Jugendlichen ganz ausführlich erzählt, wie ich zum lebendigen Glauben in Jesus Christus finden durfte. Ich hatte ganz andere Ziele in meinem Leben. Ich wollte eine Profikarriere machen im Sport, im Eishockey. Aber es kam alles anders. Ich kam schon sehr früh mit Alkohol in Kontakt, ganz intensiv. Es kam zu einer Sucht, nachher auch Drogensucht. Ich kämpfte jahrelang dagegen an, aus eigener Kraft. Doch das Ergebnis war gleich null. Es brauchte viele Jahre, bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich erkannte, ich schaffe es nicht selber. Ich kann mich nicht selber verändern. Und dann, als diese Frage nach dem Sinn des Lebens wirklich da war, in meinem Herzen, da erinnerte ich mich an einen Mann, der 16 Jahre vorher, das war mein Religionslehrer, der im Unterricht einmal erzählt hatte, wie Jesus Christus sein Leben verändert hat. Und ich nahm Kontakt mit ihm auf. Wir konnten uns treffen. Er gab mir den Rat, selber zu lesen in der Bibel, mir einen Monat Zeit zu nehmen und ganz persönlich zu Jesus zu beten und ihn zu bitten, dass er sich mir zeigt. Ein Monat lang. Wenn nichts passiert, dann könnte ich die Bibel wieder weglegen. Und ihr Lieben, es ist nicht ein Monat gegangen. Durch das Lesen der Bibel wurde mir so vieles klar, über mich selber, aber auch, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dann kam dieser Abend, es war ein Juniabend im Jahre 2004, wo ich mich entschieden habe, mein Leben, so wie ich es gelebt habe, ihm anzuvertrauen, ihn um Vergebung zu bitten, all meiner Sünden und ihn anzunehmen. Ich habe ihn aufgenommen in mein Leben, ihm die Führung übergeben und dann kam es zu dieser wunderbaren Wende. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt, ein neues Leben. Und ich staune, wenn ich zurückblicke, die vergangenen Jahre mit Jesus. Und ich kann heute von ganzem Herzen sagen, ich bereue keinen Tag seit dieser Entscheidung. Und es ging mir nie besser als ganz nahe bei ihm. Und ich bin ihm auch dankbar, dass auch nach dieser Entscheidung, wenn mal etwas nicht gut gelaufen ist, ich irgendwo in eine Sünde hineingetappt bin, dass ich dann wieder zu ihm kommen konnte und sagen konnte, Jesus, das war nicht gut, bitte vergib mir und danke, dass du auch dafür bezahlt hast. Ja, das ist Gnade. Und darum soll es auch ganz besonders heute natürlich gehen. Ich bin Mitarbeiter in einem Missionswerk. Mein Hauptauftrag ist, den Menschen diese frohe Botschaft weiterzugeben, ihnen zu erklären, wie sie das selber auch erleben können. Der Gründer des Missionswerkes, Werner Heuckelbach, der Mann war einmal ein Atheist. Und das schreibt er, oder ist hier beschrieben in diesem Büchlein, das liegt auf dem Büchertisch vom Gottesleugner zum Evangelisten. Hier geht es um diese Begegnung, die auch Werner Heuckelbach hatte in seinem Leben, die eine wunderbare Veränderung dann in seinem Leben bewirkte. Das andere Heft über Martin Luther. Es gab einen Punkt in seinem Leben, wo sein Leben als Mönch zu Ende war und ein ganz neues Leben begann. Und den Segen, den Gott durch diesen Mann bewirkt hat, erleben wir bis in unsere Tage. Er hat die Bibel übersetzt. Ich lese heute auch den Bibeltext aus einer Luther-Übersetzung. Wer so ein Heft mitnehmen möchte, dürft ihr gerne, dürft auch mehrere mitnehmen, vielleicht sogar etwas weitergeben. Es sind noch viele andere Schriften. Ihr dürft euch gerne umschauen im Anschluss an diese Veranstaltung. Jetzt möchte ich gleich überleiten zur Predigt heute Abend. Das Thema, eine Begegnung, die alles verändern kann. Eine Begegnung mit Jesus. Und für alle, die vielleicht heute zum allerersten Mal mit dabei sind, bei so einer Veranstaltung, vielleicht über den Livestream, heute zum ersten Mal dabei sind, möchte ich einleitend ein paar Gedanken sagen, damit alle so richtig verstehen, um was es eigentlich an diesem Wochenende geht. Wir nennen diese Veranstaltung Evangelisation. In einer Evangelisation reden wir hauptsächlich über Gott und über den Menschen. Und die Bibel beschreibt uns Gott als einen heiligen Gott. Er ist absolut heilig. Bei ihm gibt es keine Sünde. Und die Bibel beschreibt uns Menschen als sündige Menschen. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite ist der sündige Mensch. Und zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine dicke Trennwand. So lesen wir es bereits im Alten Testament, in Jesaja 59, Vers 2. Unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Und wenn der Mensch in diesem Zustand stirbt, dann geht er ewig verloren. Er geht in die ewige Nacht, in die ewige Verdammnis. Aber durch Gottes große Liebe ist eben eine Umkehr möglich geworden. In seiner Liebe sandte er seinen Sohn Jesus Christus in diese verlorene Welt hinein. Und der Herr Jesus ging für die Schuld aller Menschen ans Kreuz von Golgatha. Dort bezahlte er mit seinem Leben, mit seinem Blut, den Preis für deine und meine Schuld. Doch Jesus blieb nicht im Tode. Am dritten Tag verstand er siegreich aus den Toten. Und sein Angebot steht bis heute. Vergebung der ganzen Lebensschuld und ewiges Leben. Jeder ist eingeladen. Jeder darf kommen. Und unzählige haben es erlebt. Und sie können berichten von einem Tag in ihrem Leben. Von einer Stunde, in der sie ganz bewusst zu Jesus Christus gekommen sind. Ihm ihre Sünden bekannt haben. Ihn um Vergebung gebeten haben. Und anschließend ihn ganz bewusst aufgenommen haben. In ihr Leben hineingebeten haben. Die Bibel sagt, sie sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und sie haben die absolute Gewissheit, nach dem Tode bei Jesus zu sein. Bei mir war das vor bald 15 Jahren. Wie geschieht so etwas? Darüber spricht die Bibel an vielen Stellen. Durch Bekehrung. Was ist Bekehrung? Ich möchte es mal ganz einfach erklären. Ich bringe meine Schuld zu Gott. Und er nimmt sie mir ab. Was ist Wiedergeburt? Der himmlische Vater bietet mir das neue Leben in seinem Sohn Jesus Christus an. Und ich nehme Jesus bewusst auf. Diejenigen, die ihn aufnahmen, so steht es in Johannes 1, Vers 12. Denen gab Gott Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Und das ist jetzt meine Frage ganz persönlich an dich. Hast du das erlebt? Bist du bekehrt? Bist du vor Neuem geboren? Hast du diese Gewissheit des ewigen Lebens? Wenn nicht, ich lade dich ganz herzlich ein heute Abend. Im Anschluss dann diese Botschaft. Wir werden noch ein so wunderbares Lied dann hören. Dann möchte ich mit Gebet abschliessen. Und diejenigen, die gemerkt haben durch diesen Abend, das ist genau das, was ich brauche. Die sind eingeladen in die Seelsorge, in die Aussprache. Dort möchte ich anhand einer Zeichnung einfach mal deutlich machen, was die Bibel über Errettung sagt. Wie man ganz sicher sein darf, dass man gerettet ist. Und ich wünsche dir viel Mut zu dieser Entscheidung, wenn du das noch nicht erlebt hast. Eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Zwei bekannte Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Sie haben kurz vor ihrem Tode Aussagen gemacht über die Lage dieser Welt und über die Hoffnung des Menschen. Bertrand Russell, das war der eine Mann. Der Mann starb im Jahre 1970. Er war ein englischer Philosoph und Mathematiker. Und kurz vor seinem Tod sagt er Folgendes. Die Menschheit befindet sich auf einer abwärts führenden Spirale in die Verzweiflung. Ich habe jegliche Hoffnung für sie aufgegeben. Dieser Mann war ein verschworener Atheist. Also er glaubte nicht an die Existenz eines Gottes. Der andere, Paul Tournier, er lebte von 1898 bis 1986. Er war ein bekannter französischer Arzt und Psychiater. Er war ein treuer und gläubiger Christ, ein Anhänger Jesu Christi. Und er war fest davon überzeugt, dass die Bibel das absolut zuverlässige Wort Gottes ist. Und auch er machte am Ende seines Lebens Aussagen über die Lage der Welt und über die Hoffnung der Menschheit. Und seine Worte waren, die einzige Hoffnung für das Heil des Menschen ist die persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Und ihr Lieben, wie tiefgreifend und lebensverändernd so eine Begegnung mit Jesus Christus ist, lesen wir an vielen Beispielen im Neuen Testament. Und eine davon möchte ich uns jetzt vorlesen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zacchaeus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sähe, denn dort sollte er durchkommen. Und als er an die Stelle kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilends herab, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zacchaeus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, wie denn auch er ein Sohn Abraham ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn wir so dieses neue Testament lesen, dann erkennen wir ganz schnell, Jesus war die Sensation damals in Israel. Blinde wurden sehend, lahme gehend, Stumme konnten auf einmal wieder reden, Jesus weckte sogar Tote auf. Wir lesen es an vielen Stellen, Jesus Christus veränderte die Leben der Menschen, die sich ihm öffneten. Und das bis heute. Lügner werden ehrlich, aus Fluchen werden Beter, Alkoholiker werden frei. Jemand hat einmal diesen Satz gesagt, Jesus Christus, das einflussreichste Leben, das jemals gelebt wurde. Und es ist wirklich wahr. Wenn Jesus Christus in ein Menschenleben hineintritt, dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Zuerst einmal werden ihm alle seine Sünden vergeben. Und wenn der Mensch sich bewusst für Jesus entscheidet, dann beginnt ein ganz neues Leben. Heute, sagt Jesus hier zu Zacchaeus, ist diesem Haus heilwiderfahren. Nachdem ich damals diese große Erfahrung machen durfte, lernte ich natürlich andere Menschen kennen, Christen. Menschen, die Jesus Christus begegnet sind. Einer davon kannte den Leiter einer Warenhauskette. Damals hieß es Villan, heute ist es der Manor. Und er erzählte mir, wie dieser Chef vom Villan ihm einmal erzählt hatte, dass so pro Jahr drei bis vier Menschen zu ihm kommen und da bekennen, dass sie gestohlen haben hier in diesem Laden. Und dann gehe es immer um einen Jesus. Ist das nicht interessant? Eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Zacchaeus war ein Oberzöllner, lesen wir in der Bibel. Zöllner waren damals vom römischen Staat eingesetzt. Sie haben Steuer- und Zollgelder eingetrieben. Und es war bekannt, dass sie oft zu viel verlangt haben und es so in den eigenen Sack gesteckt haben. Und darum waren sie verhasst bei den Leuten, bei den Menschen, besonders bei den frommen Juden. Der Begriff Zöllner war eigentlich identisch mit dem Begriff Sünder. Aber ihr Lieben, genau für diese Gruppe Menschen war Jesus ja gekommen. Er sagt es in Lukas 5, Vers 32, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Und ist es nicht interessant, dass gerade ein Zöllner zum engsten Kreis der Jünger gehörte? Wir lesen die Namen im Neuen Testament der Jünger. Matthäus 10, Vers 3, da steht, die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedeus und Johannes, sein Bruder. Klammer auf, das waren einfache Fischer, das waren keine gebildeten Leute. Dann Philippus und Bartholomeus, Thomas und jetzt steht Matthäus, der Zöllner. Dann Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Kananäer und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Ist es nicht wunderbar, dass gerade ein Zöllner der Verfasser eines Buches im Neuen Testament ist? Matthäus, auch Levi genannt, schrieb das erste Buch im Neuen Testament, das Matthäus Evangelium. Und das bedeutet, Jesus baut sein Reich nicht mit der Elite dieser Welt, sondern mit begnadigten Sündern. Und wenn wir diese Leben ein bisschen unter die Lupe nehmen, dieser Jünger, dann sehen wir, sie waren impulsiv, sie waren geprägt von der damaligen Gesellschaft. Und manch einer hätte vielleicht gesagt, also die Leute kann man doch nicht gebrauchen, wenn es um die Gewinnung der Welt für Christus geht. Und doch sah Jesus in ihnen das Potenzial für den Bau seines Reiches. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, man kann in der nächsten Nähe von Jesus Christus unterwegs sein und am Ende doch ewig verloren gehen. Judas, der Mann hat alles stehen und liegen lassen, um bei Jesus zu sein. Er war einer der engsten Mitarbeiter von Jesus. Dieser Mann hat die besten Predigten gehört. Und er hat sicherlich auch verstanden, um was es eigentlich geht. Und wenn wir sein Ende betrachten, sehen wir, er starb als ein Verzweifelter. Er behielt sein Eigenleben und am Ende warf er es weg. Die Bibel sagt, er erhängte sich. Wenn wir heute diesen Judas hier hätten, wenn der Mann heute Abend ein paar Sätze zu uns sagen könnte, was würde Judas uns heute sagen? Ich bin überzeugt, er würde uns sagen, ihr Lieben, ich habe alles gewusst. Ich habe die Wunder gesehen, die nur Jesus tun konnte. Und wir haben es ganz klar erkannt. Er ist der Messias. Er ist der von Gott verheißene Retter der Menschen. Und ich habe eigentlich verstanden, dass ich mich ihm ganz hätte öffnen sollen. Aber ich habe nicht gewollt. Ich habe nicht gewollt. Er ist eigentlich die tragische Figur hier, wenn wir diese Jünger betrachten. Es werden einmal Menschen in der Hölle sein. Die waren Sonntag für Sonntag im Gottesdienst. Die fanden die Bibel ein gutes Buch. Haben vielleicht sogar manchmal darin gelesen. Vielleicht ab und zu Gebete aufgesagt. Es werden einmal Menschen in der Hölle sein, die sangen in einem Chor mit. Man kann sogar Prediger des Evangeliums sein und nicht bekehrt sein. Man kann zu einer Kirche gehören oder zu einer Freikirche und doch nicht von Neuem geboren sein. Ihr Lieben, gerettet wird man nicht durch gute Taten. Nicht durch Religion. Nicht durch Sakramente oder Wallfahrten. Nicht durch die Kindertaufe. Sondern nur durch Gnade. Nur durch Gnade. In Galater 2, Vers 16 sagt uns das Wort Gottes, Nicht durch Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel sagt, wir Menschen sind vom Sündenfall her alle getrennt von Gott. In Sprüche 14, Vers 34 sagt uns das Wort Gottes, Gerechtigkeit erhöht den Menschen. Aber die Sünde ist der Leute verderben. Und da möchte ich dich einmal ganz persönlich fragen, wie sieht es da in deinem Leben aus? Ich rede von Lügen, Neid, Hass, Unreinheit in Gedanken und Worten und Taten. Oder die sexuelle Ebene. Vielleicht lebst du mit einer Frau zusammen, die dir gar nicht gehört. Heute spricht man von Konkubinat und in Wahrheit, Gott sagt es, ist es Hurerei. Alle haben gesündigt, steht in Römer 3, Vers 23. Und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 10, da sagt Gott, da ist keiner, der gerecht ist. Nicht ein einziger. Sprüche 28, Vers 13, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit. Hört mal diesen Satz, den habe ich in der Bibel von meiner Frau gefunden. Sie macht sich manchmal so Notizen, wenn sie einen guten Satz hört, der eine tiefe Bedeutung hat, dann schreibt sie das rein und manchmal schaue ich da mal nach und da habe ich den Satz gelesen. Ich habe mir den auch aufgeschrieben. Jesus ist der Einzige, der uns völlig durchschaut und dennoch liebt. Jesus ist der Einzige, von dem wir völlig durchschaut sind und dennoch geliebt sind. Und das ist das Wunderbare an meinem heutigen Beruf. Ich möchte das mal so lennen. Ich habe immer nur Menschen vor mir, die Gott lieb hat. Ich werde nie zu einem Menschen reden, den Gott nicht liebt. Gott liebt die Sünder. Was für eine Botschaft. Und eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Ein wunderbares Beispiel. Da ist eine Frau, sie erzählt aus ihrem Leben. Der Start in unsere Ehe war wunderbar. Unser Glück schien perfekt zu sein. Mit der Zeit aber wurden wir beide immer unzufriedener. Wir merkten, da innen drin ist ein Vakuum, das der Partner nicht erfüllen kann. Drei Jahre nach der Hochzeit entschlossen wir uns nach gegenseitigem Einverständnis, wie man so schön sagt, für eine Trennung und ließen uns scheiden. Circa ein Monat später wurde sie dann an einen Vortrag, einen christlichen Vortrag eingeladen. Und da erzählte ein Ehepaar ganz offen über ihre Probleme in der Partnerschaft und wie sie Jesus Christus persönlich kennengelernt haben. Und die erzählten dann, dass Jesus ihre Ehe ganz neu gemacht hat. Und dann sagte sie, ich war den Tränen nahe und dachte, warum habe ich das nicht früher gehört? Vielleicht hätte Jesus auch meine Ehe neu machen können. Auch in der gleichen Woche entschied sie sich für ein Leben mit Jesus Christus. In einem einfachen und ehrlichen Gebet sagte sie, Herr Jesus Christus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe du mich. Ich möchte ganz dir gehören. Ihr Ex-Mann erfuhr davon. Er begann in der Bibel zu lesen, die er von der Trauung noch hatte. Und dann geschah das Wunder. Auch er traf eine Lebensentscheidung für Jesus Christus. Und dann passierte Folgendes. Sie heirateten wieder. Sie gaben sich zum zweiten Mal das Ja-Wort. Und diese Frau sagte dadurch, dass sie sich beide Jesus Christus anvertrauten, tat Gott, was sie sich schon lange wünschten, was sie aber von sich selber aus niemals geschafft haben. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Gedanke für dich in diesem Saal oder diejenigen, die das auf Livestream heute hören. Jesus sucht dich heute Abend, weil er dich lieb hat, weil er dich retten möchte. Als der Herr Jesus damals unterwegs war nach Jericho, er kam da in diese Stadt, er war auf dem Weg zum letzten Mal nach Jerusalem, in diese Stadt, die er so sehr geliebt hatte, um dort sein Leben zu opfern für eine verlorene Welt. Und wenn wir so lesen in der Bibel, dann sehen wir, überall, wo Jesus durchkam, gab es immer ein grosses Problem. Zu wenig Platz. In Lukas 12, Vers 1 steht, unterdessen kamen viele tausend Menschen zusammen, sodass sie sich untereinander traten. Das muss man sich einmal vorstellen. Das überliest man so schnell, wenn man in der Bibel liest. Tausende kamen zusammen. Oder Lukas 5, Vers 18 und folgende. Da waren vier Männer, die hatten einen gelähmten Freund mitgebracht. Sie wollten ihn zu Jesus bringen. Jesus war in einem Haus. Es waren so viele Menschen dort versammelt, dass es unmöglich war, ihn zu Jesus zu bringen. Was taten diese vier? Sie gingen nicht nach Hause. Sie stiegen auf dieses Dach, deckten das Dach ab. Und dann ließen sie ihren gelähmten Freund auf der Bahre vor die Füße Jesus. Der Jesus sah diesen Mann an, sah den Glauben und sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Ich gebiete dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Jemand hat da mal eine ganze Predigt über dieses Ereignis gemacht und das überschrieben mit Echte Nachfolger Jesu verursachen Dachschäden. Interessanter Titel. Wir wollen uns mal die Frage stellen, was hat die Menschen damals dermassen angezogen, dass sogar seine ärgsten Feinde bekennen mussten, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ich denke, der Grund war seine Liebe. Das, was von ihm ausging, seine Annahme. Jesus ging zu denen, die von der Gesellschaft verachtet waren, die ausgeschlossen waren. Er führte sie zurück in eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und davon hat er auch Zacchaeus sicherlich gehört. In unserem Text lesen wir, Zacchaeus begehrte Jesus zu sehen. Ich finde das eine ganz gute Übersetzung dieses griechischen Wortes, zeteo. Manche Übersetzungen sagen, Zacchaeus wollte oder wünschte, Jesus zu sehen. Aber Begehren ist, denke ich, noch intensiver beschrieben. Dieser Zacchaeus begehrte, Jesus zu sehen. Und er war klein von Gestalt. Und dann tat dieser Mann etwas, was eigentlich für einen Oberzöllner sehr ungewöhnlich war. Er kletterte auf einen Maulbeerbaum. Es war ein Baum mit so niedrig ausladenden Ästen. So ein kleinwüchsiger Mensch konnte gut auf so einem Ast liegen über der Strasse. Und jetzt stellen wir uns mal diese Situation vor. Da ist dieser Zacchaeus auf diesem Baum. Jesus kommt, bleibt unmittelbar stehen, schaut hinauf. Und dann muss dieser Zacchaeus etwas gesehen haben, was schöner gewesen sein muss, als der schönste Sonnenaufgang in Jericho. Es führte zu einer Umwandlung seines Innersten. Zacchaeus sagte später, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vielfältig zurück. Ihr Lieben, das ist das Kennzeichen einer echten Umkehr. Das Kennzeichen einer echten Bekehrung ist nämlich auch die Bereitschaft der Wiedergutmachung. Von Dingen, die mit einem Bewusstwerden, Gestohlenes zurückbringen. Sich entschuldigen auch bei Menschen, denen ich etwas zu Leide getan habe. Ich habe gehört von einem jungen Mann, er ist jahrelang schwarz gefahren bei der SBB, wurde nie erwischt. Und dann begegnete er Jesus. Er durfte sich bekehren. Ihm war völlig bewusst, mir sind alle meine Sünden vergeben, ich habe ein neues Leben. Und dann auf einmal wurde ihm bewusst, das, was ich da gemacht habe, das war nicht in Ordnung. Er setzte sich hin, schrieb einen Brief. Er versuchte das irgendwie mal zusammenzurechnen, das ging in die Tausende von Franken. Und er schrieb da hinein, ich habe mich entschieden für ein Leben mit Jesus Christus. Ich möchte bekennen, dass ich jahrelang diese Bundesbahn betrogen habe. Und ich bitte Sie um Vergebung. Es ging ja nicht lange, da kam eine Antwort, auch per Brief. Da stand drin, wir danken Ihnen für dieses Bekenntnis. Wir freuen uns und wir erlassen Ihnen alle Schuld. Ihr Lieben, das ist ein Wunder. Das ist nicht immer so. Dass wenn Menschen dann Dinge bekennen, ich habe kürzlich in Deutschland in einer Evangelisation einen Mann kennengelernt. Er ist heute in der Gemeinde, der ist da Mitarbeiter. Er hatte einst einen Banküberfall gemacht. Und er wurde nicht erwischt. Und dann kam es zur Bekehrung und dann ging er zur Polizei und erzählte das alles und der musste ins Gefängnis. Heute ist er ein ganz hingegebener Mitarbeiter. Und auch durch sein Zeugnis können Menschen sehen, was Gott Großes tun kann in Jesus Christus. Heute wird oft darüber diskutiert, ob man Menschen drängen soll, Christus anzunehmen. Ich denke, uns ist allen bewusst, Gott wird nie einen Menschen retten, der nicht gerettet werden will. Das würde er nicht tun. Aber auf der anderen Seite ist es eben genau gleich. Jesus wird nie einen Menschen verloren gehen lassen, der gerettet werden möchte. Es gibt ein Gebet in der Bibel, das Gott immer erhört. Wenn es um Errettung geht. Apostelgeschichte 2, Vers 21 hier steht, es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Im Neuen Testament sehen wir, dass die Menschen in den allermeisten Fällen Jesus eingeladen haben, zu ihnen zu kommen. Doch hier im Fall von Zacchaeus war es nicht so. Jesus sagt, Vers 5, Lukas 19, Zacchaeus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Das war jetzt keine Bitte, sondern ein Befehl Jesu. Jesus könnte natürlich fragen, ja wurde Zacchaeus zu dieser Begegnung gedrängt, die sein Leben total verändert hat. Definitiv nein. Aber als er dieser Liebe Jesu begegnete, da wurde dieser Aufstieg auf den Baum, der Einstieg ins Reich Gottes. Sein Leben hat an diesem Tag ein ganz neues Fundament erhalten. Ewigkeitsfundament. Er öffnete ja nicht nur sein Haus für Jesus, sondern er öffnete sein ganzes Leben für Jesus. Und das, ihr Lieben, ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Die Bibel sagt es in Johannes 1, Vers 12, Allen denen, die Jesus aufnahmen, bewusst ihn ins Leben hinein bitten, denen gibt Gott Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Wir wollen uns einmal fragen, was genau bewirkt eine Entscheidung für Jesus Christus? Eine Entscheidung für Jesus Christus bewirkt, dass Gott in seiner Macht, in seiner Liebe, in das Leben dieses Menschen hineintritt. Und es kommt zu einem Herrschaftswechsel. Die Weichen werden neu gestellt. Und darf ich einmal diese Frage stellen heute Abend. Glaubt noch irgendjemand hier in diesem Saal, dass der Mensch sich selber verändern kann? Ich habe diese Hoffnung schon lange aufgegeben. Nicht, weil ich ein Pessimist bin, sondern weil ich durch Jesus ein Realist geworden bin. Wie viele Jahre habe ich selber gekämpft und aus eigener Kraft versucht, mein Leben zu ändern? Ergebnis war gleich null. Menschen können Masken aufsetzen. Sie können sich verstellen vor der Umgebung, aber aus der Tiefe heraus sich verändern. Das kann der Mensch nicht. Das kann nur Jesus. Und ich habe es selber erlebt, wie Jesus innerhalb von einer Stunde ein Menschenleben völlig neu machen kann. Ihm eine ganz neue Richtung geben kann. Und ich habe es anschließend auch mit eigenen Augen erleben dürfen, wie Alkoholiker frei geworden sind. Wie Menschen ihre Ichhaftigkeit verloren haben. Und wie Streithähne zu Menschen wurden, die Frieden und Liebe ausgestrahlt haben. Denn ohne Jesus bleibt ein Mensch, ein Kind dieser Welt, ein Sklavenkind, geboren, um zu sterben. Aber wenn ein Mensch Jesus Christus bewusst aufnimmt, dann wird er von Gott angenommen. Er wird ein Kind Gottes, geboren, um ewig zu leben. Wir wollen jetzt einen Schritt weiter gehen. Jemand hat einmal gesagt, Gott hat es sich unendlich viel kosten lassen, damit er uns sein Heil umsonst anbieten kann. Jesus ist gekommen, um für dich zu sterben. Und der Weg zu dieser Erlösung heisst Gezimmerne, Gabata, Golgatha. Gezimmerne dort, wo Jesus mit dem Tod herang. Die Bibel sagt, sein Schweiss wurde wie Blut. Und dann betete er, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich stelle mir vor, Jesus sah diese Last der Sünde der ganzen Welt. Und es war unheimlich schwer. Aber dann betete er noch einmal, Vater, wenn es nicht möglich ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er unterordnete sich völlig dem Willen des Vaters. Und er ging ihm gehorsam diesen Weg. Gabata, die Geißelung. Wir können uns kaum vorstellen, wie brutal das schon war. Da wurde ein Mensch an einen Holzpfosten angebunden. Die römischen Soldaten, sie nahmen solche Peitschen, Lederriemen. Da wurden Bleikugeln eingeflochten, Knochensplitter, Glasscherben. Dann wurde so lange auf diesen Menschen eingeschlagen. Nicht bis dieser Mensch genug hatte. Bis die Soldaten nicht mehr konnten. Sehnen wurden sichtbar. Knochen wurden sichtbar. Muskeln wurden sichtbar. Man nannte das auch den Rückenpflügen. Viele sind schon bei einer Geißelung durch den hohen Blutverlust gestorben. Doch Jesus ging diesen letzten Weg an dieses Kreuz. Und ich möchte euch einmal mitnehmen. So 2000 Jahre zurück damals vor den Toren Jerusalems. Da waren drei Kreuze aufgestellt. Links und rechts war je ein Verbrecher. Und jetzt den in der Mitte. Siehst du ihn. Man hat ihm Nägel durch die Handgelenke geschlagen. Nägel durch die Füße gehauen. Eine Dornenkrone haben sie ihm ins Haupt gedrückt. Er war furchtbar zugerichtet. Man erkannte ihn eigentlich nicht mehr als einen Menschen. Die Leute verbargen ihr Angesicht. Die Haut hing in Fetzen herab. Sechs Stunden hing Jesus an diesem Kreuz. Und dann rief er hinaus. Es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und verschied. Doch dann die Auferstehung am dritten Tag. Der Vater im Himmel nahm dieses Opfer seines Sohnes an und bestätigte es als vollkommen gültig in dem er seinen Sohn auferweckte aus den Toten und ihn zum Retter der ganzen Welt bestimmte. Und jeder kann kommen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder selig zu machen. Und eine Rettung, ihr Lieben, gibt es nur durchs Kreuz. Wäre Jesus nicht an diesem Kreuz bereit gewesen, dieses Opfer zu bringen, könnte kein Mensch gerettet werden. Aber das heißt auf der anderen Seite, wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir zu Jesus kommen. Wir müssen ihm unsere Sünden in einem Gebet bekennen, ihn als unseren Retter erwählen und annehmen. Uns ganz bewusst für ihn entscheiden. Jesus entschied sich für dich. Und wir müssen uns sagen, gestern Abend waren einige junge Leute im Anschluss in die Seelsorge gekommen. Es gab sogar solche, die waren zum ersten Mal an so einem Abend dabei. Sie verstanden diese Botschaft. Und sie haben auch begriffen, was Jesus für sie Großes getan hat. Und ich möchte dir heute Abend sagen, Was machst du mit Jesus? An dieser Frage entscheidet sich deine Ewigkeit. Hast du dich hier für Jesus Christus geöffnet, wirst du einst eine offene Tür haben. Hast du hier Ja gesagt zu ihm, wirst du einmal sein Ja hören. Hast du dich hier verschlossen für Jesus, wird die Türe verschlossen sein. Hast du Nein gesagt zu Jesus, wirst du einmal sein Nein hören. So wie du hier mit Jesus und seinem Angebot umgehst, so wird er einmal mit dir in der Ewigkeit umgehen. Jemand kam damals zu Jesus und fragte ihn, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Und Jesus antwortete, Ringet danach, ringet danach, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Denn viele, so sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Lukas 13, Vers 25, Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draussen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und du hast gelehrt auf den Straßen. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weichet von mir alle, ihr Übeltäter. So steht es in der Bibel. Ihr Lieben, die Bibel spricht vom ewigen Leben, vom Miterben, vom Mitherrschen, von Frieden, von Freude. Und das ist ein herrliches Thema. Am liebsten würde ich nur über das reden. Aber dieselbe Bibel spricht auch von Verderben, von Verdammnis, vom Rauch ihrer Qual, die aufsteigt in alle Ewigkeit. Die Bibel spricht von der ewigen Finsternis. Sie spricht vom zweiten Tod, der Feuersee. Offenbarung 20, Vers 14. Die Bibel lehrt, dass es ohne Bekehrung und Wiedergeburt keine Errettung gibt. Was für ein Angebot. Dass ein Mensch, der jahrelang in der Sünde gelebt hat, umkehren darf, zu Jesus kommen darf und in ihm Vergebung und neues Leben empfangen darf. Welch ein Angebot. Aber die meisten wollen es nicht. Wie oft habe ich Menschen erlebt, die gingen nach so einer Veranstaltung nach Hause, und sagte, na, bedeutet gar nichts für mich. Was für ein Angebot. Ich möchte mal dich heute Abend fragen. Hast du es angenommen? Kannst du erzählen von einer Stunde in deinem Leben, wo es zu dieser Begegnung gekommen ist? Wo du Jesus Christus angerufen hast im Gebet. Jesus hat sich gegeben zur Erlösung für alle. Ja, wer ist damit gemeint? Ja, du und ich. Und all die anderen um uns herum. Für alle hat Jesus sich hingegeben. Wir haben alle dieselbe Chance. Glaube ja nicht, dass der Professor eine bessere Chance hat als ein Analphabet. Oder ein Millionär eine bessere Chance hat als ein Hilfsarbeiter. Wir haben alle die gleiche Chance. Gottes grösster Wunsch ist es, dass wir alle gerettet sind. Und bist du gerettet? Mal ganz ehrlich, bist du gerettet? Wenn nicht, warum nicht? Spürst du nicht, wie der Herr heute Abend seine Hand nach dir ausstreckt und sagt, schlag doch einfach ein. Ich liebe dich so sehr. Ich habe mein Leben und Blut für dich dahin gegeben. Und ich mache dein Leben neu. Du sollst zu meiner Ehre leben. Ich werde dich umgestalten. Du darfst ein Leben zu Gottes Ehre führen. Öffne doch dein Herz heute Abend für Jesus. Das kann der grösste Abend heute für dich sein. Ich habe am Anfang gesagt, Jesus war die Sensation damals in Israel. Blinde wurden sehend. Lahme wurden gehend. Herr Jesus weckte Tote auf. Er war wirklich die Wucht. Jetzt könnte man sagen, ja, das war damals so. Nein, es ist heute noch so. Er ist derselbe, sagt uns das Wort Gottes. Das ist in Hebräer 13, Vers 8. Gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn du heute dein Leben, dein Herz, dem Herrn Jesus Christus öffnest, dann wird er deine Sünden vergeben. Er wird deine Probleme lösen. Deine Lasten abnehmen. Und wenn du nicht gewiss bist, dass du errettet bist und du bist bereit, heute Jesus als deinen Heiland, deinen Retter anzunehmen, dann wirst du heute Abend errettet nach Hause gehen. Ich möchte abschliessen mit zwei Berichten von zwei Leuten, die habe ich persönlich kennengelernt. Die eine, sie war damals 20 Jahre alt. Sie saß in so einer Veranstaltung. In Deutschland war das. Es kam dann ein Ruf zur Entscheidung für Jesus. Damals war es so, dass die Menschen, die gemerkt haben, ich brauche das, ich möchte das auch. Ich habe verstanden, um was es geht. Nach vorne zu kommen. Im vorderen Bereich des Saales. Und dann stand diese Frau auf. Und sie kam nach vorne. Und sie machte in diesem Abend eine besondere Erfahrung. Und sie beschrieb mir das so. Ich habe von ihr die Erlaubnis, das auch weiterzugeben. Darum möchte ich da ein paar Sätze vorlesen. Du erinnerst dich an den Abend damals in Dietingen. Dort bin ich aufgestanden und nach vorne gekommen. Ich wollte dir sagen, dass seit diesem unvergesslichen Abend alles anders geworden ist. Ich kann spüren, dass Jesus durch mich wirkt. Zum ersten Mal fühle ich eine tiefe Ruhe in mir und fühle mich sorgenfreier. Ich dachte nie, dass durch so ein Ereignis so viel passieren kann. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ein paar Wochen später schrieb sie dann, mein größtes Ziel ist es jetzt, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren, wie wunderbar so ein Ereignis ist und wie es das Leben positiv durch Jesus Christus verändert. Meine Prioritäten sind seit der Bekehrung völlig andere geworden und die weltlichen Bedürfnisse haben sehr an Bedeutung für mich verloren. Jesus Christus ist meine Nummer eins geworden. Ihm verdanken wir alles. Ich durfte einige Male in Israel sein, so eine Reise erleben. Das erste Mal war es das ganz besondere Erlebnis, aber auch die anderen Reisen waren ganz besonders. Wir durften dann in Jericho so einen Kindergarten besuchen. Dort wird palästinensischen Kindern vieles weitergegeben vom Wort Gottes. Eine christliche, also christliche Werte vermittelt. Der Name dieses Werkes heisst Seeds of Hope, Saat der Hoffnung. Teysir Abusada, er war der Gründer. Er war früher Scharfschütze der PLO. Er hatte viele Menschen im Auftrag Arafatz umgebracht. Sein Leben war jahrelang erfüllt von Hass und Dunkelheit. Doch dann kam es zu dieser Begegnung mit Jesus Christus und er wurde ein neuer Mensch. Und er sagte, als Jesus in mein Leben kam, war es wie wenn eine Last so groß wie ein Berg von meinen Schultern abfiel. Frieden durchströmte mich, wie ich es noch nie erlebt hatte. Mein Hass war völlig verschwunden. Ich war ein freier Mann. Christus hat meine Bitterkeit in Frieden verwandelt und meinen Hass in Freiheit. Und auf die Frage eines Reporters, wie viele Menschen er im Auftrag Arafatz umgebracht hätte, antwortete er, ich habe nicht gezählt. Das ist eine dunkle Zeit, an die ich mich am liebsten nicht zurückerinnern mag. Ich rede viel lieber über das Blut, das Christus für mich am Kreuz vergossen hat, nicht über das Blut, das wegen mir floss. Eine Begegnung mit Jesus kann auch dein Leben wunderbar verändern. Der Himmel steht offen, heisst es in einem Lied. Herz weisst du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Nach allem, was ich heute gesagt habe, gibt es eine offene Frage. Was machst du jetzt mit Jesus? Der Herr steht heute hier unsichtbar in diesem Saal und doch gegenwärtig. Und er hat vor 2000 Jahren Ja gesagt zu dir. Und heute wollen wir eine Gelegenheit geben, dass du Ja sagen darfst. Dass du zu Jesus Christus kommen darfst, so wie du bist. Er sagt, wer zu mir kommt, den er sagt. 1 3.